Ja hallo erst mal und ich weiß ja nicht ob Sie es wussten, ne. Erst einmal ein herzliches Servus miteinander und hallo. Und willkommen zu einem Vlog nach langer, langer, langer Zeit. Ja, was ist los gewesen? Oder was ist los? Ich bin krank. Immer noch. Ich hab's mit den Bronnchen. Gibt's schon seit ein paar Jahren so, ist was Chronisches. Eier hängt aber recht lang, also wenn ich zwischendurch auch mal husten tue oder was. Es sitzt einfach tief drinnen. Macht Probleme, macht Schwierigkeiten. Hat mich jetzt eine ganze Zeit lang aus der Bahn geschmissen. Und ja, naja, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Habe ich noch einen Termin beim Facharzt. Soll jetzt noch geprüft werden, aber leider erst am 11. Mai. Weil momentan mit dem Corona, da haben sie ja alle irgendwie Termine. und sind alle ein wenig überlastet. Deswegen dauert ein bisschen. Aber gut. Ja, was machen wir gerade? Wir sind mit dem KL 300 und mit unserem Striegler da. Ja, und was drehen wir? Striegel. Unser Striegel. Also mein Striegel. Mein Netzarten. Mein KL 300. Schon lange nicht mehr im Einsatz gewesen, dass er auch mal was da darf. Und mein Mars. Ja. Und was machen wir da jetzt? Wie gesagt, wir striegeln. Ich habe den ersten Durchgang schon gemacht. Oder besser gesagt, der Vater hat den ersten Durchgang gemacht. Und jetzt sind wir beim zweiten Durchgang. Ja. Das sieht man schon. Das geht rastet jetzt schon richtig schön hoch. Also wenn ich jetzt da so drinnen rastehe. Zack. Ja. Geht mir schon regelrecht unter. Was halt jetzt hinwächst, das ist da hinten so Blümlers Zeich. So Feldblumen und Winden und was der Teufel was. Und das möchte ich noch ein bisschen loswerden. Ey, da hat es halt Vogel gerupft. Das möchte ich noch ein wenig loswerden. Das hier wird gestriegelt. So. Und jetzt zeicht er da schon. Daheim war ich schon. Ja. Schaut jetzt ein wenig schlimmer aus. Bulldog ist drüber gefahren. Oh Gott, oh Gott. Zusammengefahren. Platt. Alles kaputt. Nein, so schlimm ist es nicht. Ja, mit Sicherheit ein bisschen platt ist es. Und ein bisschen eine Mitleidenschaft gezogen. Aber es ist nicht ausgerissen. Das muss ich bloß wieder aufstellen. Ich bin jetzt mit der Rede drüber. Ja. In jeder Pflanzenschutzmaßnahme. In jeder Düngermaßnahme, die gemacht werden dort. Seht es auch so aus. Gut fürs. Ja, ziemlich Spur und Spur. Seht ihr schon. Aber es hält sich, denke ich, in Grenzen. Schauen wir mal, wie es wird. Bis dahin bin ich schon. Ich habe gesagt, den ersten Durchgang haben wir schon gehabt. Den hat er vorher gemacht. Ich habe dann auch gesagt, den mögen wir mal eine Spur freilassen. Ich sehe hier. Hier sehe ich hier. Schön saftig grün. Hier sehe ich hier. Schön saftig grün. Und übrigens, das da unten, das ist kein Gedraht, das ist das Ackergliegroß. Ihr wisst ja, das Feld da unten, das Teilstück Ackergliegroß. Das obere Teilstück Winter war es. Das da vorne ein Bauplatz. Nein, natürlich kein Bauplatz. Das da vorne, das ist mein Äpfelbiet. Aber jetzt zu der eigentliche Sache. Ich habe auch gesagt, wir haben schon gestriegelt. Und ihr seht den Unterschied vielleicht auch. Gedraht, niedrig, klein geblieben, wächst nicht vom Ohr weg. Saftig grün, saftig grün. Was ist da passiert? Habe ich da keinen Dünger her? Nein, ganz normal gedüngt worden. Sind die Barme schuld. Also wenn, dann wäre das Gedraht oben wahrscheinlich eher betroffen als da. Nein, sind sie definitiv auch nicht. Habe ich da keinen Kalk her? Moment, ich drehe euch einmal. Habe ich da keinen Kalk her? Nö. Ist auch ganz normal hingekommen. Ist alles wie gehabt. Das an sich, was da an der Stelle nicht gemacht worden ist. Da ist nicht gestriegelt worden. 2,50 Meter hat es auch. Ja, das ist ein wenig mehr. Vielleicht sind es zwei Bahnen. Aber du siehst da definitiv den Unterschied. Da wird es dicker. Und da ist dann wieder richtig schön. Na ja, gut an der Stelle jetzt. Nicht unbedingt, da ist es besser. Aber im hohen Jahr, also das Stück da hinten ist definitiv schlechter bewachsen. Man sieht auch, wenn man genau hinguckt. Da ist nichts aufgerissen. Der Boden, der ist rissig. Vom Winter noch. Da ist nichts anderes. Da sieht man es noch deutlicher. Der ist nicht weiter bearbeitet worden nach Seher und Walzen. Und wenn wir jetzt da runter gehen. Wenn wir jetzt da reinschauen. Da ist er da oben drauf fein krümelig. Und sofort unten drunter nass. Es hat nämlich geringt. Da hinten auch. Da hinten auch. Ist überall schön fein krümelig. Nichts fest. Alles gelöst. Und ja, wie gesagt, das kommt vom Striegeln. Ja, wer sich jetzt fragt, wieso habt ihr jetzt durchs Gedrag? Wie gesagt, ich bin jetzt gerade in einer Maßnahme. Und das ist meine Acker. Da kann ich drinnen auch rumlaufen, wenn ich das will. Für andere Leute geht das natürlich nicht. Das sei an dieser Stelle auch noch einmal gesagt. Weil ich weiß nicht. Es gibt leider Gottes immer noch einen Haufen Menschen, die man auch. Man kann überall einen Trampelpfad durchziehen und kann sich alles erlauben. Ja, dem ist aber leider nicht so. Felder und Wiesen gehören irgendjemandem. Und ab Beginn der Wachstumsperiode, beziehungsweise sobald in diesen Acker was eingesät ist, irgendwelche Früchte, sei es Grünfutter, sei es Gedrag, hat da drinnen keiner mehr was verloren. Woran erkennt ihr? Ja, hat er noch einmal Verbraucher, ob das Feld bestellt ist? Im Herbst? Ja, gut, könnte man sagen, wenn es schön feinkrümlich ist. Theoretisch. Man könnte aber natürlich auch sagen, spätestens dann, wenn im Frühjahr irgendwas draufsteht, dann hat man drinnen auch nichts mehr verloren. Und ich sage einmal so, das geht normalerweise so ab, ja, heuer war es schon ab März, wo es teilweise warm war, dann muss man nicht mehr in die Fläche rumsappen. Ehrlich wahr. Also wie gesagt, ich laufe ja auch bei niemandem im Vorgarten rum. Ich lasse auch meinen Hund nicht in meinen Vorgarten reinscheißen. Aber irgendwie ist das so im momentanen Zeit, so gang und gäbe, auch jeder geht her, lässt seinen Hund überall reinscheißen, sabt querfeld einen drüber, da oben auf der Hut, ein Stück weit um, da geht querfeld einer Trampelpfad rüber und nein, das ist kein Wildwechsel, das ist ein Fußpfad, weil die Leute da drüber spazieren gehen und sowas geht meiner Meinung noch gar nicht. Es ist eine Sauerei, die haben da drinnen auch nichts verloren, es gibt Strassen, es gibt welche, da können sie auch drauflaufen. Zumindest frohen könnten wir, bevor man irgendwo durchsappt, aber naja, das ist halt die ruhige Gefällsaft. Na gut, jetzt wollen wir mal striegeln, dass wir fertigräumen und ich wünsche euch viel Spaß. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR